Hallo meine Web-Lines! Willkommen zu Hunt's Shout-Out! In dieser Runde spiele ich zusammen mit der lieben Jojo. Und ja, viel möchte ich gerne dazu sagen. Ich hoffe einfach, dass euch die Runde gefallen wird und es euch schon mal ganz viel Spaß. Mit welcher Taste? Also auf der Tastatur ist es E. E war das. Ich wollte auch nur die Waffe angucken. Okay, dasselbe. Oh my gosh. Oh. Oh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Ich glaube Kirche ist im Zweig. 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 Ich kann nicht mehr mitnehmen. Ich kann mir den mit Dings holen. Ich glaube Kirche ist im Zweig. Ich bin vorbeigelaufen. Okay. Ich bin vorbeigelaufen. 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 Ich weiß nicht welchen. Ich bin vorbeigelaufen. 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 Der sitzt da noch mal. Gott sei dank. Es sind aber zwei. Jaja, ich wiederbelebe dich trotzdem mal schnell. Ich hoffe es klappt. Der wird direkt vor mir sein. Ich versuch's trotzdem. Ach komm ey. Kannst du was hochwerfen? Okay, das weiß ich, wo komm ich. Danke. Hättest du gleich machen sollen. Ich fühle mich auf der Monikiste liegen. Wunderschön. Ja, ein Balken. Jetzt machen wir den bitte schnell kaputt. Das ist eine Aufgabe. Du hast die Sprenglatte. Ja. Ich heimlich trotzdem noch mal kurz. Der muss mich nur einmal treffen und ich bin wieder tot. Scheiße, die Wand an. Ich geh da nicht rein. Dann bleib draußen. Ich hab auch nicht mehr Aufdauer genommen. Ich hab ja auch nicht mehr viel. Ich hab ja auch nicht mehr viel. Ich komm hier. Danke. Ich leg hier mal ne Bärenpfeile hin. Meisterschütze. Winfield, Japta, Roberto. Was für ne Zweitwaffe. Warte, ich find noch kurz Loots. Was ist das? Mach mal kurz die Tür her, aha. Wahrscheinlich eh keiner mehr, aber... Guck nochmal. Das heißt, haben die mal alle, da kommt keiner. Na, dann wird es wenigstens langweilig. Wir haben jetzt noch keinen Ausgang bei uns. Wir kommen weiter. Was ist das? Willst du gucken? Soll ich gucken? Ja, guck ruhig. Nö. Keiner da. Okay. Gehen wir einfach. Jetzt sagst du, Vorsicht. Ich kann sie schon aus Millionen Pfeilen. Ich kann sie nicht entschärfen. So, jetzt aber. Mal hier durch. So. Zweite Richtung. Da lang. Ich drehe mich noch mal kurz. Oh ja, hinter uns hier auf... Ist einer. Auf dem Solo wahrscheinlich. Wenn wir weiter. So. So. Aber. Okay. Wir beschossen. Dann ist er gerade. Oh da. Ach so, ich muss mich gar nicht heilen. Ich hab ja... Da irgendwo muss er sein. Okay. Siehst du ihn? Hm. Na klar. Bleib ich auch steh, nicht dummi. Bienen werfen und mich aufheben, wenn du weit genug werfen kannst. Oder jetzt angreifen. Ich hebe mich auch. Ich hab sonst nichts mehr zum Werfen. Schade. Ich hab keine Sekunden mehr. Ja, die ist weiter weg. Jetzt da hinten. Jetzt könnten wir mal versuchen zum... ...Dings zu gehen. Ich dachte, ich hab keine Sekunden mehr. Schick direkt dahinter. Aua. Oh, dahinter. Ja, dahinter im Bagen. Hä? Hä? Boah, die steht auf. Garantiert. Ja, ja, ja. Aber ich muss... Die Sekunden. Halt den Blick und geh raus. Da ist Heilung, wenn du dich noch heilen willst. Nee. Da kommen noch welche von da. Aber das werden die nicht mehr schaffen. Hui. Da hat die Lanze aber mal hier... ...Gutes getan. Ja, dann hoffe ich mal, dass die Runde euch gefallen hat. Und lasst gerne einen Kommentar da, gerne ein Like und ein Abo. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann wünsche ich euch noch schöne Rundertage. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Tim Musik Vielen Dank.